Kambunschi mit einem guten Start schon vorne, aber die erste Hürde hat sie abgeräumt. Kambunschi führt, Spern kommt auf der zweiten Hälfte, auch von Jakovski ist stark unterwegs und es ist Spern, die kommt, es ist Spern gegen Kambunschi, 13-0-2. Wer hat gewonnen? Ich wage das nicht zu sagen, ist es Kambunschi oder ist es Spern? Es wird gratuliert, auf jeden Fall ein spannendes Rennen, auch von Jakovski mit einem guten Lauf. Foto-Finish, nicht ganz so schnell natürlich wie Kambunschi sich das erhofft hat. Es ist Titachi Kambunschi, die gewinnt mit 13-0-3. verabschiedet Vielen Dank.